Seit letzter Woche ja vielleicht wissen, war ich auch bei der Bundeswehr und ich musste mich da mal tarnen in so einem Manöver und zwar als Baum. Und da kam abends in so einem Feldwebel vorbei und sagte, sie haben sich bewegt. Ich sag, Moment. Als dieser Hund sein Bein gehoben hat an mir, da stand ich wie eine Eins. Als dieses Liebespaar, dieses Monogramm in meinen Hintern geschnitzt hat, da habe ich mich nicht bewegt. Aber als diese beiden Eichhörnchen in meine Hosenbeine geklettert sind und das eine zum anderen sagte, die beiden Nüsse, die essen wir gleich und den Tannenzapfen nehmen wir mit nach Hause. Untertitelung des ZDF für funk, 2017